Moin Jungs, da bin ich wieder. Na, wie geht's euch? Da heute Freitag ist, dachte ich mir, ich hau mal ein frisches Video für euch raus und genieße mal so das Wochenende. In GTA ist gerade im Moment nicht so viel los, deswegen hocke ich mich mal hier so aufs Sofa in meinem Apartment, schon mal ein bisschen Fernseher, guckt was es so Neues gibt und ja, will euch ein bisschen unterhalten, damit es euch nicht so langweilig wird wie mir im GTA. Ich hoffe auf jeden Fall, das letzte Video, das ich gemacht habe über den Wall Breach im Eclipse habe, hat euch gefallen. Vielleicht hat der eine oder andere auch das Fisch-Video angeschaut. Ich hoffe natürlich auch, dass die Leute, die es angeschaut haben, dass sie es geil fanden. Und, und, was ist das denn? Das kann doch nicht sein, das ist der neue Trailer vom GTA-Film. Ach du Scheiße, das ist wirklich. Jungs, schaut euch das an, der neue Trailer von einem GTA-Film. So, das war's auf jeden Fall schon wieder mit dem Video hier. Ich geh jetzt mal hier in freien Modus und rasiere mal bei dem Server hier. Viel Spaß und schönes Wochenende.